Es war einmal ein Mensch, ein Wanderer, entzweit, verlassen mit einem Plan, der ihn führte, zu einer Türe, zur Schwelle der Erkenntnis. Ein Leben lang hat er gesucht danach nach Wahrheit. Ein Wanderer war eine Übergabe in dem Cielo für diese Zeit des Anno. Ich weiß nicht ob es Oton oder Winter. Von den Niederlangen zu den Wanderen, alles neu war. Where is this music? Where are you speaking to? I'm talking to you. I'm not talking to anyone. I was thinking to myself and to myself. When he said the sound of music, how else did you hear me? You were the first to hear my music. We were the first to hear my music. I'm not talking to anyone. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm not talking to you. Entre sueños y aspiraciones, nuestro espíritu se forja. Gracias por ver el video.